So, da bin ich wieder in einer Sackgasse. Ich liebe Sackgassen, weil das Wort Sack darin vorkommt. Ähm, Zweierkampf? Jupp. Seemann? ETF? Okay. Ja, Alte, dreht den Seemann mal in den Arsch. Das ist sehr schön. Zu den beiden könnte ich jetzt Geschichten erzählen, weil... Der Seemann, der hält seine Faust ein bisschen... Ja, ein bisschen zum Fisten, weißt du? Und wegen der Alten. Und die Alte... Will ihren Fuß in seinen Arsch stecken. Und... Nein. Nee, weil der will ich da nicht drauf eingehen, weil sonst würde ich das noch alle 18 jährlich sein. So. Meditje, ja. Machrono. Och, das ist ja beides für Dings. Ach nee, Medit... Machrono ist für... Ähm, ähm, ähm... Oh, dann muss ich ja... Dann muss ich ja beide wechseln, verdammt. Einmal Meditje und einmal Soberis. See yo. Genau. Halt. Tauschen. Soberis. Genau. Sauber. Weil das wäre beides sehr effektiv. Meditation. Angriff steigt, ja. Das ist mir sowas von Banane. Konfusion. Nachtnehmel. Der One-Hitted. Und der noch ein Volltreffer. So muss das. 60 EP. Alter, ich hab in der Höhle trainiert und da hab ich genauso viel gekriegt. Allein für so... Allein für so ein lächerliches Zubat. Naja. Damit dich hier schützt dich selber, ne? Dein Vater, ey. Damit du das nicht nochmal machst, hab ich erstmal Aussätze eingebaut. Ausgewählt. Na gut. Scanner geht auch. Halt. Ach, verdammt. Na egal. Komposition. Nachtnehmel. Tschüss. Wir sehen uns in der Höhle. Die Lonka und Matrose, ja, sind besiegt. Ach so, ich habe kein Interesse, dich kennenzulernen. Ja, Alter, ey. Lass mal dein gebrochenes Bein schieben, ey. Ganz ehrlich. Das sieht so ekelhaft aus, einfach. Bah. Wie konnte es nur passieren? Es ist nicht meine Art, einfach so zu verlieren. Dafür muss ich die alte Fisten, die hier noch im Arena ist. Die gerade neben mir stand. Ja, das werde ich heute machen. Weil ich so einen dicken Arm habe. Die wird bestimmt vor Lust stöhnen. Alter, das will ich gar nicht wissen. Vor allem, was hast du für Szene? Das sieht ein bisschen strange aus. Von Dex gewinnen 728 Punkte. Juhu. Joa. Ist hier denn noch irgendeiner, irgendeiner so? Da. Ich gehe da bei der Mucke, da gehe ich Hammer ab. Alter, nimm dein Bein runter, Alter. Ich will deinen Sack nicht sehen. Bah. Vor allem, ich stinkt das nach Fischmarkt. Bah. Wie ekelhaft. Oh, ich hätte Dings wie einwechseln müssen. Oh, oder tauschen müssen, wenigstens. Aber, naja. Ja, der kann ja wie ein bisschen leveln. Oh, ich glaube, ich muss genießen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil, sonst muss ich meinen Prop-Schutz abwischen und das, nee. Das wäre ein bisschen ekelhaft. Genau, so Rotze und Popel und was nicht alles dran hängen würde. Ja. Was sollst du hier tun? Ähm, ja, chillen und, ja, Konfusionen einsetzen. Stirb. Tschüss. 120 EP. Auch 120. Na, das ist ja super. Isidor. Gah. Ich wurde einfach überwältigt. Ja. Und mach deine Beine zu. Das stinkt nach Fischmarkt, Alter. Nicht nur aus deiner Hose, sondern auch von deinem Fuß, der nur... Der nur vier Zehen hat. Das ist sehr realistisch. Und vier Finger hast du auch nur. Ich höre es mal wissen. Gut. Ja. Ich werde auch mal kurz ins Pokémon Center verschwinden. Einfach mal, um drauf... Auf alles vor Ort bereit zu sein. Was die Arena-Leiterin mir bereiten wird. Also... Außerdem... Auch um mein Pokémon mal zu wechseln. Das... Ja. Joa, ich skipp das mal und bin gleich wieder da. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Und... Dann gehen wir auch gleich mal wieder rein. Ins Vergnügen. Aber ich will es mal speichern. Hätte ich ja nicht vorher machen können, bevor ich hier weiter aufnehme. Aber... Zwölf Stunden habe ich schon gespielt. Alter. Naja, gut. Wegen der Vorsprungfunktion ist auch einiges quasi flöten gegangen. Aber... Haar flöten. Ähm... Aber... Naja. So lache ich überhaupt bei flöten. Das... Ich... Weiß auch nicht. Bin hier wie gerade. Naja. Tag. Schöne Disco-Mucke. Oh, ich geh bei der Mucke immer so ab. Ich weiß auch nicht. Es ist mir einfach zu doll. Oh, Alter. Oh, wie das mockt. Oh, Alter, dein Schritt stinkt nach Fisch, Alter. Mach die Beine zu, ey, ganz ehrlich. Oh, und ich hab die Pokémon immer noch nicht gewechselt. Alter, was geht? Na gut, der levelte auf Level 16 gleich. Naja, was soll's. Boah, kann ich nix hier anhaben. Ihr kriegst ne Konfusion, Alter. Stipp. Sorry, Doc, levelt. 129 EP. Schwarzgurz-Satom. So, jetzt wieder mal wechseln hier, Alter. Das gibt's doch nicht. So, Tausch gegen Psycho. Ich mein, gut, Psycho ist ein Psycho-Pokémon. Das Psycho zu nennen, das ist einfach eigentlich einfallslos. Aber, ähm, ja, so hab ich das immer genannt, wenn ich Pokémon zocke und das ist... Oh, man, die Musik ist so geil! Oh, ich kann das immer so feiern, Alter. Ich... Ich weiß nicht, ich dreh bei der Moke immer durch. Oh, Alter. Die mit den gebrochenen Beinen schon wieder, Alter. Wie viele gibt's denn davon? Vor allem sind das Schwestern, oder? Das müssen doch eineige Zwillinge sein, oder Vierlinge, oder... Zehnlinge, oder... Das ist... Da müsste es ja... Weiß ich nicht, wie viele in der Arena geben, gerade. Das ist ja Wahnsinn. Wir haben 13. 13 ist ne schöne Zahl. Ne, also... Ja. Sag ich doch. Gleich gewonnen, hittet. 200... Oh, Alter, 253, Alter. Das ist gut. Ja. Alter, lass mal dein Bein schienen, Alter. Lass dein Bein mal schienen. Aber... Ah, wie? Die konnte ich nur schnell verlieren. Ach, scheiße, ich hab ein gebrochenes Bein. Deswegen... Ah, jetzt muss ich erstmal Krankenhaus. Ja, Alter, sieh mal zu. Oder Alte. Ne? Boah. Das sieht ja so ekelhaft aus, einfach. Da muss ich einfach drauf klarkommen und ne kleine Pause machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie sehen meine Pokémon aus? Joa, pff. Ja, 10kp. Das... Ist ja nicht so viel. Aber wegen den... Kap... ...wegen den AP... ...gibst du eigentlich noch mehr? Ich... ...wähne nichts riskieren. Weil wenn er... Ne, du... ...gibst keine weiter, oder? Ne. Alter, wie die aussieht, ne? Die Haare alleine schon. Alter. Die muss ja... Wenn die schon graue Haare hat, Alter, ich will nicht wissen, wie lange die da schon wartet. Das muss ja ewig dauern. Einfach. Wie die gewartet hat, einfach. So. Geht ja immer schnell bei mir, also. Ja. Oh, dass man hier auch nicht laufen kann, ist... ...ist echt blöd. Aber mit der Vorsprungfunktion geht das schon. Ich werde trotzdem zur Sicherheit mal speichern. Weiß zwar nicht... Ich glaube zwar nicht, ob das nötig sein wird, aber... ...pff. Ist mir wurscht. Guck mal, ein neues Getränk holen. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Und... ... ... Ich muss vielleicht noch mal was machen. Kurz. So. Jetzt machen wir mal die Arena-Leiterin. Ich bin Cam... Ich bin Camelo, der Arena-Lei... Oh, scheiße. Ist ja männlich, verdammt. Ich bin Camelo, der Arena-Leiter von Fausthafen. Und du kriegst gleich die Faust in die Fresse. Ahahaha. Na gut. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser Pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Joa. Aus Fleisch und Blut, würde ich mal sagen. Ahahaha. Naja. Hm-mm. Ja, Leiter Camelo. Mach holo. Ja. Pff. Der ist einfach, glaube ich. Ja, alle 16. Mein Psycho ist 20. Also, pff. Ist mir das eigentlich relativ. Konfusion. Woa. So. Gewonnen hitted. 301. Woa. Noch mal gelevelt. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ah, Züstrahl. Das ist aber auch. Woa. Geil. Das ist ja super. Menditier. Und ich sage, das Pokémon wechseln. Ja. Weil das ist ja ein Psycho. Ähm. Eins. Ja, ein Psycho-Kampf-Pokémon. Und. Da werde ich mal Zubitis nehmen. Ist ja auch auf 22. Also ein bisschen overpowered. Ich will es mir auch leicht machen. Winz ein bisschen. Kampf. Nachtnebel. Lichtschild. Spezialverteidigung. Okay. Jetzt stirb. Das war qualvoll. So. Makushita. Joa. Kommt Psycho wieder dran, ne? Halt. Psycho. Jopp. Weil Psycho... Also Makushita ist ja ein Kampf-Pokémon. Und ein Psycho-Pokémon ist sehr effektiv gegen Kampf. Dürfte ich eigentlich leichtes Spiel haben. Stark ist denn der? Auf 19. Hahaha. Ich lache den aus. Hier, kriegst du eine Konfusion in die Fresse. Oh, hat's überlebt. Oh, hat's überlebt. Joa, das bringt nicht viel. Das bringt nicht viel. Ja. Ja. Ziu-Beere oder was weiß ich, was für eine Beere sein soll. Kriegst nochmal eine Konfusion in die Fresse. So. Aber gleich kommt die andere mit einem Trank an. Oder ein super Trank. Das sehe ich schon voraus. Jupp. Kommt mit einem super Trank. Ich sag ja, das ist ein Arena-Leiter. Die schummeln so ein bisschen. Na gut, ich schrummle auch, wenn ich einen Trank einsetzen würde. Aber pff. Das ist mir doch Wurst. Oh oh. 22. Puh. Aber er stirbt trotzdem. Jupp. Tschüss. Wir sind uns in der Hölle. So. 354 EP. Ei, das ist ja super. Yay. Spieler besiegt Leiter Camillo. Ich trinke jetzt erstmal einen Camillo-Tee. Ah. Uiuiuiui. Du hast ein Groß... Oh verdammt. Scheiß Stimme. Vergehrte Stimme. Scheiße. Ähm. Du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Hm. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden, diese Arena. Ronex gewinnt 1100. Das ist ja super. Den Knöchel-Orden. Ja. Das ist ja super. Dank des Knöchel-Orden werden dir alle Pokémon bis Level 30 geräuschen. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst die VM-Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. TM8 erhalten. Das ist ja super. Kontextmacht, die TM8 in die TM4 Endlager. Genau. Protzer. Ja, brauche ich... Brauche ich nicht wirklich. Nein! Verdammt! Nicht noch einer im Poké-Neff, das ist doch blöd. Ich hasse das. Wie die Pest. Ja, auch wenn es nicht so viel Sinn hat. Aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal im Pokémon Center. Und, ja. Lass meine Pokémon ein. Auch wenn es nicht so viel Sinn hat. Weil, ähm... Joa. Na gut, eigentlich ist mein... Dings eigentlich schon im geltenden Bereich. Aber... Na gut. Für meinen Katarabra mache ich das. Und dann werde ich speichern. Und dann... Joa, dann geht es nachher auch weiter. So. Dann werde ich erstmal speichern und eine ganz kleine Pause machen. Und dann geht es gleich weiter. Ja, überschreiten. Bitte der Gerät nicht ausschreiten. Äh, ausschalten. Höhö. So. So, ich mache dann eine ganz kleine Pause. Und dann geht es gleich weiter. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und, joa. Weiter geht es. Im Geschäft des Lebens. Eine schon gespeichert. Ich weiß gar nicht. Doch, eine schon. Na, doppelt hält besser. So. So. Erstmal wieder zu dem... Ja, vogelfögelnden Opa einfach. Oh, hui. Für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Oh. Oh, ich habe mit meinem schönen Vogel Pico wieder so eine richtig schöne Nummer geschoben indessen. Oh, das war richtig geil. Alter, Mann. Das würde ich gar nicht wissen. Nun, wo soll es hingehen? Ähm, Grafitport City, glaube ich, ne? Äh, ich weiß gar nicht. Na gut. Grafitport City soll es sein. Angegelichtet. Pico, mein Schatz. Wir setzen Segel und schieben denn nur mal indessen. Ach, sag mal. Von dem sieht denn ein Schiff denn aus? Das sieht aus, als wenn er vorne irgendwie einen Umfall gebaut hat. Ich will das gar nicht wissen. Ähm. Oder aber ein Item. Ach, Pudersand. Na toll, was für ein Geschenk, ey. Weißt du, die sind am Strand und schenken mir erst mal Sand. Ja. Es ist das beste Geschenk, was ich je hatte. Erst mal auf einer Luftmatratze schillen. Ah. Ah, schön entspannen. Der hat doch... Ach, ich habe kein Elektro. Na egal. Guck mal her, Alter. Ich muss mal einen Kampf bestreiten. Einen Winkel. Kann ich dir ein Winkelmesser auspacken? Ah, 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 ah. Oh, Mann. Der ist zwölf, Alter, was geht. Süßstrahl. Gewonntittet. Gewonntittet wäre auch schön, aber... Naja. Mahono. Pfft. 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 Nö. Mahono ist ja... Sehr leicht, weil es auch ein Kampf-Pokémon ist und... Ja. Pfft. 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 Du bist der Beste. Pfft. Pfft. Du bist der Beste. Ich weiß. Kannst mir auch mal gerne einen Daumen hoch geben. Pfft. tue ich so, als ob. Ja, und die Rettungsschwimmer müssen sich dauernd retten, ne? Natürlich, ey. Was bist du denn für Ene, Alter? Ganz ehrlich. Tss. Mero. Jetzt hätte ich gerne ein Elektro-Pokomond, ganz ehrlich. Aber, naja. Man kann ja nicht alles haben. Süßstrahl. Bam. Das dachte ich mir. Ich wusste, wir können nicht gewinnen. Wieso wir? Na gut, du und dein Pokémon, aber... Hört sich sehr strange an, wenn du da alleine stehst. Das... Ja. Muss sogar eine ganz kleine Pause machen gerade. Bis gleich. Hari. Das war's.